servus leute heute habe ich den sechsten teil für euch von der down the rabbit hole event questline alle bosse auf streets töten die spornen zu 100 prozent im autohandel und ich verrate euch den trick wie ich das gemacht habe und zwar das wichtigste ist ein leerer server ihr wollt einfach nur pv gegen die bosse spielen und das soll nicht viele pcs stören und ich habe das ganze auf eu south gemacht in der nacht um circa 1920 uhr unter der woche und wenn ihr das ganze mittags oder in der frühmacht dann tut euch vielleicht noch ein bisschen einfacher also mein tipp wenn ihr diese quest machen wollt sucht euch leere server weil pcs stören nur dabei wie ihr gleich sehen werdet oder eben nicht seht man hat es wesentlich einfacher bloß die bosse bekämpft und ich wollte euch natürlich nicht vorenthalten wie ich das gemacht habe war trotz alledem ein sehr unterhaltsamer raid und ja schaut euch einfach an ich bin übrigens dazu täglich live of fritz stückung tv aus oder würde mich freuen wenn man vorbeischaut link und description im ersten kommenten lasst man folge da die auf youtube würde ich mich über ein abo freuen warum nach oben in town dann hier jetzt viel spaß auf streets zwei minuten 17 als ob die erst randvoll hier der server nie im leben so Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es heißt nichts, aber irgendwie solche Ladezeiten habe ich normalerweise die. Vielleicht heißt es schneller reinladen, wirklich weniger Gegner. Könnte auch sein. Hört der Regen auf? Wäre angenehm. Noch nichts gehört, ne? Ja, vielleicht. Gibt es einen neuen Boss, nein. Alle Escape-Bosses sind im Autohandel auf Streets. Hört sich noch gut an, ne? So, hier. Das war's für heute. Ich seh nix. Okay. Man kennt halt absolut gar nichts, ne? Hätte kein Boss hier draußen. One pack real. What the fuck? Senator, okay. Okay. Das war ein Killer da hinten. Okay. Alter. Das war ein Parkzocker. 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 Okay. Zeig dich bitte. Das war ein Parkzocker. Das ist bloß Karban, der ausrastet. Alles gut. Alles gut. Hey, Freiwild. Oben dreht sie. Vielen Dank für's Follow. Willkommen. Das war ein Parkzocker. 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 Rischaller? Kabern Und ähm Luha Nur noch Senator Äh, nur noch Sturmann Boah, natürlich kommen jetzt die 10.000 Skefs an, hä Er ist hier oben, hier Ich hab keine, keine Sicht auf den, äh Nur ne Wache Ach komm, ey Wo ist scheiß Sturmann Doch, Granaten Hier dreht sich was Ah, Luha brauch ich auch noch, ne Luha fehlt auch Brauchen wir jetzt Okay, thanks Und jetzt Oh Mann ey, scheiß Sturman da oben. Ah, come on. Ah, stürp doch. Das ist Bluha. Oh shit. King Gesemo, dankeschön für Prime. Der will da auch nicht vorkommen ey, der nervt mich ja richtig. Wo ist verdammt, Sturman ist das Problem. Ich weiß nicht wo Sturman ist. Mir fehlt noch Sturman und Gluha. Gluha ist hier um die Ecke. Wo ist Sturman? Eventfest, Killer Kohl, Servus. Gluha ist hier. Gluha ist hier. Gluha wo Sturman? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Wirklich keine. Ich brauche bloß noch Sturm, Mann. Oh, come on. Jetzt kommt auch noch jemand. Hier oben dreht sich einer. Hier genau über mir. Hier ist ein Skeffner, deswegen. Das ist nicht der. Ich kriege den nicht, aber ich weiß nicht, wo der ist. Das ist eine Scheiße. Das Problem ist, jetzt spawnen die Players, Gavs. Ich brauche hier zu lang. Ich brauche hier. Wo ist der Sackmann? Der muss hier eigentlich sein, ich habe da oben zwei Wachen erledigt. Scheiß Sturm, halt wo ist mein Rucksack da? Scheiß Sturmbahn, Mann. Der geht mir ja richtig auf den Sack, ne. Besonders hier ist noch ein anderer Spieler, das ist das Problem. Ich bin ja hier nicht alleine und umso länger ich brauche, umso beschissener wird es. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Wo ist der Sack, ey? Vielleicht schon tot? Ich glaub's nicht, es war sonst niemand da. Ey, keine Ahnung. Ey. Ein Scheißboss, der Server ist leer. Und der Boss, der letzte, der fehlt, find ich nicht. Das ist das Problem bei dieser Quest. Jetzt hab ich einen leeren Server. Ich weiß nicht, was mit diesem Boss ist. Sind alle da. Oben in der Garage? Stimmt, wir könnten oben in der Garage noch schauen. Das ist richtig. Es ist so dumm, Mann. Es ist richtig Holz. Ist der angeschossene Skaff? Die Garage nachher. Das ist richtig, was ihr da macht. Die Wachen waren da. Ich habe beide seine Wachen erledigt. Ziemlich sicher. Oder zwei Dachwachen. Gibt es nicht, oder? Wie hat jemand rumgenädelt? Frank, dankeschön für den 34. Willkommen zu den Abaufall. Danke für den Support. Okay. Servus, wie geht's? Das ist noch niemals schon mal da draußen. Frank, dankeschön für 5G. Danke für den 50 insgesamt. Und den fetten Support mal wieder. Moment, ich bin gerade ziemlich fokussiert. Danke für die 5er-Bombe. Danke für die 5er-Bombe. Ey, der geht mir so auf die Nerven, Mann. Hier waren halt voll Nades. Ich muss aufpassen. Okay. Ich habe hier oben halt schon geschaut. Das ist die Sache. Scheiße, ich muss alle Bosse in einer Runde auf Streets killen. Ich habe alle bis auf Sturman. Und ich weiß nicht, wo Sturman ist, ob er tot ist. Wahrscheinlich hat mir jemand weggeschossen. Ganz am Anfang oder so. Keine Ahnung. Ist dann gegangen. Da ist er. Let's go. Henry, danke für den Prime. Danke fürs ganze Jahr. Wir kommen zu den Abo-Falle. Kommt, damit sag ich doch. Das ist... Ei, ei, ei. Danke schön für den Support, Leute. Nick, vielen Dank für den Follower bekommen. Er hat aber auch nie geschrien, ey. Nie mehr geschrien. Okay. Sehr schön. Ich komm, hier ist der Follower Letter. Keine Ahnung. Ich erroge. Ich mache Ihnen den F langen, vielleicht doch einen Schuhmuck. Ich mache Ihnen die Farbe. finger ты nicht. Oh nein, ich classic. Ich persönlich mache nur etwas blenderen von Schuhmuck. Ich mache dir Turtle Hayden. Ich mache mich auf www.張p张buck. Ich habe sie kennen. Tschüss machen. Ich mache das 회isch. Ich mache Ihnen die beiden Schuhmuck. Ich mache miche. Ich mache Sie das aus política. Da vorne war er einfach gesessen. Da hatte ich am Anfang schon mal hingeschaut, ich hatte ihn aber nicht gesehen. Ich habe ihn wahrscheinlich schon anvisiert, aber da war es noch so dunkel, dass ich nichts gesehen habe. Raus, 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 raus. Wesenst du dich zu, Isco? So, Leute. Macht mal hallo YouTube im Chat. Verewigt euch mal. Zwei Quests fertig. Event-Quest und Relentless. Und wollt ihr den Trick wissen, wie man diese Quest schafft? Ich habe es euch hier gezeigt. Einfach einen leeren Server, auf dem ihr einfach bloß alle Bosse für euch habt. Der Rest ist egal. 69.929 XP. MPK, danke schön für die 5.000. What the fuck? Danke fürs Aussetzen vom Hype Train. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Let's go. And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again To see you again To see you again